Was hat ein Profit-Unternehmen mit den Wiener Philharmonikern gemeinsam? Alle Mitarbeitenden setzen ihre Fähigkeiten zielgerichtet ein und entwickeln ihre Kompetenzen erfolgreich weiter, als richtige Personen am richtigen Platz. Welche Erfolgsfaktoren sind dabei für Sie als Dirigentin oder Dirigent Ihres Unternehmens entscheidend? Werte und Identifikation von allen Mitarbeitenden, Auswahlprozess für Bewerbende, Einschulung und Weiterbildung von Mitarbeitenden, Talentemanagement und Mitarbeitendenbindung, Austrittsmanagement. Dafür die richtigen Strukturen in Bezug auf die Unternehmensziele und die Ressourcen umzusetzen, ist eine komplexe Herausforderung. Sie ist vergleichbar mit dem Dirigieren der Wiener Philharmoniker. Ich biete Ihnen für Ihre persönlichen Führungsfragen, objektive Anregungen und individuelle Begleitung bei Ihrer täglichen Führungsarbeit. Gemeinsam optimieren wir Ihre personalorientierten Erfolgsfaktoren, damit auch in Ihrem Unternehmen alle als richtige Personen am richtigen Platz arbeiten, wie in einem Spitzenorchester, das Sie leiten.